Ja hallo, hier ist wieder Klaus von der Elteren Generation. Ich habe jetzt Musik eingespielt, die läuft im Hintergrund und ich habe jetzt eine Tour von Mannheim nach Prag, weil Prag habe ich noch nicht auf meiner Liste, da ist so eine große weiße Fläche, die möchte ich mir erobernde Anleignungen in meine Repertoire einfügen. Das sind 500 Kilometer und die Tour scheint Ansprüche zu sein. Okay, ich mache jetzt mal das Licht an. Dann habe ich jetzt ein paar Sachen geändert. Ja gut, den habe ich jetzt hier auf meinen Enkel gesetzt. Wir können es ein bisschen hin und her schalten, so ist schon mal gut. Und dann habe ich auch ein Tempomat eingeschaltet. Tempomat wird hier. Also Tempomat und das. Okay, Tempomat brauchen wir natürlich momentan nicht, aber für das auch bei den Engenstrecken läuft das vielleicht weniger. Und ja, Helga Kopfhörer habe ich jetzt erst mal daneben liegen. Und ich fange mal mit Kopfhörer an. Habe ich jetzt mit dem Phone eingeschaltet? Ja. Okay Leute, also hier ist wieder Klaus von der älteren Generation. Und ich habe jetzt die Tour 77, meine 77. Fahrt unter Auftrag. Und ich bin jetzt beim Profi, beim Profi. Bald bin ich bei Profi, noch wenig Glück gearbeitet. Aber vielleicht bei dieser Tour könnte ich zum Profi werden. Was habe ich hinten dran hängen? Ich möchte mal schauen. Ich möchte mal schauen. Okay. Okay. Also jetzt geht es los. Dann kommen wir hier mal aus. Wie sieht das aus hier? Okay. Und voraus geht es. Biegen nach links ab. Machen wir. Achtung. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenze. Ich bin schon wieder. Schattig hätte das ausgeschaltet. Okay. Okay. Weiter geht es. Also ohne. Ohne Hacker. Hacker habe ich jetzt erstmal ausgeschaltet. Ich fahre jetzt hier nur ein Navi. Dann höre ich auch den Tour nicht mehr. Wo ist das jetzt hier in der Landstraße. Ich muss also nach Tschechien. Nach Park. Dann verlasse ich ja. Die werden auch hier irgendwo eine Autobahn-Auffahrt haben. Da fahren wir jetzt erstmal hin. Dann Richtung Berlin. Und dann schauen wir mal weiter. Oder Dresden oder so. Ja. Also Park. 600 Kilometer wieder. 500 Kilometer. Eine lange Tour. Da habe ich jetzt meine Landstraße zu beginnen. Ja so geht das nicht. Stopp. So war das nicht gemeint. So war das nicht gemeint. So war das nicht gemeint. So geht das eigentlich auch nicht. Hier nach links fahren. Da rennen fahren. Cool. Geht rein. Ich war gerade wieder am Träumen. Also das darf man natürlich nicht machen. Aber hier den Raum konzentriert hat. Also das ist jetzt die vierte Fahrt heute. In der Realzeit habe ich jetzt 20 vor 1 in der Nacht. Das wird eine Stunde dauern hier. Langsam langsam fahren. Und der. Da wird sein. Stuttgart. Jetzt habe ich den Koffer mal wieder aufgesetzt. Jetzt schwinge ich den Koffer mit einer Hand. Ich bin zu schnell, genau. Habe ich auch schon gemerkt. Habe ich auch schon gemerkt. Die kann man doch nicht so schnell fahren. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Bei 50 sogar noch. Okay. Aber hier Slalom. Slalom, okay. Normal. Ja, hier muss man aber langsam fahren. Was sind das hier? Das sind wie in Norwegen. Was war das hier? Ist der Profi hängen geblieben? Das ist der Profi. Sie muss auch die Landschaft sein. Ja, ich weiß, ich habe es auch gemerkt, gerade. Wo bin ich denn da? Da bin ich also. Wo geht das hin? Da muss ich weiter. Vielleicht könnte ich auch eine andere Tour nehmen. So eine. Ist das jetzt die weitere oder die nähere? Moment ja. Normalerweise. Die ist das, ne? Ich muss die weitere nehmen. Ich bin nicht hier in den Alpen oder in den Schweizer. Ich habe sie gesehen. Ich mache den Kopfhör mal wieder aus. Jetzt ist es ab. Dann fahre ich ohne Kopfhör. Damit ich die Ärger nicht dauernd höre, achten sie auf die Geschwindigkeit. Ich habe die neue Version. Deswegen gibt es einen hohen Kilometerpreis, weil ich hier dauernd anscheißen fahren muss und Kuchen und so weiter. Die Brüche ist hier schön oben und ich sollte mal die Kupfe raufsetzen, was ihm was Helga sagt und was sagt Helga, Helga sagt erstmal weiter, unter der Brücke durch und dann links. Demnächst links abbiegen. Genau. Jetzt links abbiegen. Biege nach links ab. Wo kam der denn hier? Habe ich gar nicht gesehen. Den habe ich gar nicht gesehen. Der kam da angeschossen. Okay, weiter 54. Da kommen wir schnell nach vorne. Da kommen wir schnell nach vorne. Wo gibt es jener Park? Ja, genau. Da ist 16. Also. Nation Park. Nicht so Park. Tja. Jetzt habe ich keine Musik, also die Musik war zwar eingestellt, aber ich komme im Moment nicht zum Radio. Ich traue mich hier nicht die Hand vom Stall zu nehmen. Und in dieser Sinne entlang mit dem Tempomat. Wo habe ich den Tempomat? Das ist der. Tja. Ja. Und jetzt dann. Ja. Und dann kommt das und schon rein. Da ist jetzt hier rein. Wie geht es hier? Das sind sie mit dem Däpumat. Das ist eine Wettbewerbung. Ja. Au, nicht. der nicht. Warum nicht? Habe ich jetzt hier den falschen, der soll jetzt auf 80, muss ich den Demomat anschalten, so, und soll das halten. Macht das aber nicht. Habe ich den falschen Offizier? Macht das aber nicht. Und der, der auch nicht. Tja, das ist nicht so einfach hier mit dem. Da habe ich die Gerichtshupe. Ihr müsst natürlich auch schon mal wissen, was man hier einstellt, doch wünscht ihr Testament, was der Richtige, ne? Hey guys, das ist echt, warum? Was ist das? sehr young. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, wollte ich ja gar nicht machen, aber. Der Tempo mal klappt momentan nicht. Warum, weiß ich nicht. Muss ich mal sehen. Muss ich mal sehen. Also, den habe ich schon mal gut. Den den habe ich gut. Jetzt ist die Schuppe. Und da ist der Link hier. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Und da ist das nicht so gut. Und da ist das nicht so gut. Ja, und fühle ich mich jetzt als Profi oder bin jetzt bald in Profi-Regionen, aber... von einem Park in Linz, ja gerade, also... Welche Turm bekomme ich vom Park? Das wäre auch mal interessant zu wissen, wo ich jetzt hier falle, oder? Bitte links halten. Ja, mache ich ja. Ich glaube, was haben wir jetzt hier? Wo ist er denn vorbeifahren? Wo ist er vorbeifahren? Er ist gesperrt, da kann ich nicht weiterfahren. Ich muss da runter. Jetzt wieder. Neu berechnen. Bitte links halten. Okay, machen wir. Bitte links halten. Jetzt ist er wieder gesperrt, ja. Hier auch gesperrt. Ja, womit habe ich das verdient, ja. Ich gehe runter. Neue Route finden. So, wir sind gerade 250. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, gehen wir nicht um Nervdung. Bitte rechts halten. Ja. Machen wir. Stuttgart Nürnberg. Ach, hier sind wir. Hier umfallen. Dann kommen wir hier hochfallen. Nehmen wir auch ich mal hier. Da haben wir das geschehen. Bitte rechts halten. Okay. Dann hier runter. Ja. Ja, ist ja gut. Du nervst. Bitte rechts halten. Machen wir. Dann wieder hoch. So, wobei. Womit habe ich das verdient, ja. Das ist ja schlafe. Zieh wieder runter. Was drückt der da vor uns her. Und jetzt. Bitte links halten. Ja. Ne. Ich bin wieder da. Und was macht der? Dann kommen wir da nicht weiter. Dann kommen wir nicht weiter. Dann kommen wir nicht weiter. Dann kommen wir nicht weiter. Mal. Die selbe Stelle. Kann ich jetzt nicht gerne durchzuschlaufen. Ne. Habe ich auch keine Lust zu. Schaden, ne. Schaden. Ich fahre da einfach mal raus. Mal sehen. Neu berechnen. Da gehts auch noch nach Prag rechts runter. Wenn ich noch eins las werde. Da gehe ich nun woher. Da geht nach Prag rechts runter. ok bitte rechts halten rechts halten und dann ausfahrt rechts nehmen die ausfahrt rechts ich muss vielleicht mal einhalten, pause machen, was essen nach dem stress hier sehe ich wieder nichts hier ja natürlich ja du nervst diese neuen klagen ich freue mich achten sie auf die geschwindigkeitsbegrenzung hm ich weiß ich bin kenne nicht mehr hier ok also im Regen weiter was haben wir noch 220 Kilometer ich muss sie anhalten ich muss sie anhalten und dann schlafen einfach scheißegal wenn wir hier drauf es geht einfach nicht mehr ok ok und hinaus dann mal hier wandischen ok 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 Vielen Dank. 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 Hier geht es im Dunkeln. Ich liebe das nicht. Da geht es in den Park, ja? Sehr gut. Bitte rechts halten. Okay. 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 Jetzt geht es in den Parkour. Ja. Ja. Okay. 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 Hmm. Okay. Okay. Es ist hier der Grenzübergang im Design. Immer geradeaus. Also von Mannheim nach Park, auch eine Heidentour hier, 500 Kilometer. Vielen Dank. Vielen Dank. Tja, ich bin wieder so hoch um 80. Ich sehe nichts, dass ich Mist hier bin. Im Dunkeln bin ich sowieso müde. Als nächstes sehe ich auch nicht mehr so gut. Das ist hier Spielen unter erschwerten Bedingungen. Ich bin schon wieder müde. Ich habe gerade mal zwei Touren gemacht und schon wieder Rocky. Jetzt haben wir noch 100 Kilometer, Mann. Und ich möchte dankend. Ich sage es noch, die 500 Kilometer. Ich möchte mich dankend auf einmal. Ich bin ein Pferd, ich bin ein Pferd. Ich bin ein Pferd, ich bin ein Pferd. Immer geradeaus. Ja, egal, das war nicht da unten. In dieser Münch mein Lieber. Ja Helga, jetzt bin ich beinahe wieder in der Dunkelheit. Die falsche Richtung gelöst. Wir sind schlicht hier auch so an mir vorbei, da auf der linken Seite. Der schlicht so von hinten an mich ran. Dadurch habe ich dann das Zentrale nicht mitbekommen. Die KI hatte mich abgedrängt. Die konnte nicht wissen, dass ich in der Park will, oder? Die KI weiß alles. Die KI weiß alles. Wenn es denn eine ist, eine KI. Ja, heißer bin ich auch. Die Kimme ist weg von den vielen Reden hier. 70 Stunden unterbrochen, babbeln. Ich bin das nicht gewohnt. Es wird hell, Gott sei Dank. Es wird hell. Was sagen wir? Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Wenn man sich auf etwas verlassen kann, in der Fallgab. Die Geschwindigkeit. Die Patrone in der Geschwindigkeit. Ja. Ja. So. Also die langen Turen hier, das nervig. Vor allem, ich habe ja nicht gelernte Diplomatia. um zu stehen. Da geht es nach. 7,30 Kilometer noch. Wir sind gleich da. Fuhra. Dann können wir ja mal langsam fahren. Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Okay. Links halten. Immer geradeaus. Machen wir. Machen wir. Unser Kunde überwartet die Lieferungen sehr bald. Ich bin ja gleich da. Okay. Da. Okay, das war wohl nichts wieder, ich glaube ich mich jetzt ja stopp, stopp, komme ich da jetzt dann vorbei, ja, komme ich dann vorbei, nochmal, okay, noch ein Aufreger, kurz vorm und sicher, ja, eine Musik, ich sehe, ja Oh, ja, wievend ich das hier? Oh, ja. Oh ja, 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 ja. Ich hab dich auf laut noch, warum hab ich jetzt hier die Musik an? Ist das die Artur? Ja. Demapack Spar. Ja. 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 Ich bin verspätet, weil ich Pause gemacht habe oder was. Aber nicht viel, also das ist die erste und dann nehmen wir hier die zweite, ich bin verspätet. Oder was sagt der? Da sind wir auch gleich, wie wir rechts ran haben. Ich will die vielleicht mal den umschalten. Also, die zählen gleich fünf Stück weiter. Hier. Ja. Machen wir. Machen wir gerne. Biegen nach rechts ab. Biegen nach rechts. wenn wir da nicht hier zu bringen in der gerade ist fine Werkstatt haben wir da, ich muss zur Werkstatt. Sie sind am Ziel angekommen und ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Ja, so von mir heute, machen wir den hier. Okay. Wir da hin und wir darüber. Okay. 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 Das war's. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020